So, hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tibia, ja, es ist früher morgen, ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen mit, aber ich muss jetzt aufnehmen, weil Vormittag und Nachmittag habe ich nicht so viel Zeit zum aufnehmen, tut mir leid, aber ja, ich werde jetzt kurz ein paar Sachen erklären und dann leveln wir noch ein bisschen und ähm, zuerst möchte ich mal traden. Ja, Pons, ähm, ja, es ist sicher, ich habe jetzt wieder Speer umgestellt, weil Speer einfach besser ist und ähm, dafür habe ich noch einen zweiten Speermyltar, ja, hier kann man nichts, mach mal Amor, ja, kann man auch nichts kaufen, schade, schade, oder habe ich zu wenig Geld? Mal kurz schauen, hallo, Hübchen. So, jetzt, endlich. Ähm, 24. Ne, eigentlich nicht, die sind einfach nicht auf Lager. Okay. Also, eine Schaufel habe ich noch geholt, die war oben, die war einfach hier oben, wenn hier nach oben geht. Wem sind die Kisten? Also, ähm, ja, da sind sie immer noch. Okay. Das Zeitalter des Chaos, die alten Götter, schaden, ähm, ja, schaden. Zu schwer zum Lesen. Also, nein, nicht angreifen. Ich möchte, hi, dann quest, kill, goblins, yes. Und jetzt? Sag etwas, sag etwas. Bin ich jetzt fertig? Ich will nochmals, yes, komm schon. Okay, dann hätte ich jetzt die Quests oder was. Denke schon, also, es ist wirklich nicht so, ähm, Goblin Slayer. Also, dann habe ich die Quests. Also, ähm, dann möchte ich noch, ähm, Ding, man kann die Alpen so gleich nehmen, wenn man links und rechte Maustaste doppelt gedrückt, dann steht hier Armor 5, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Rüstung habt, zum Beispiel die da, da kann man schauen, Armor 1, also die ist schwächer. Wenn man hier macht, nein, nicht der Paladin, Armor 5, also gleich gut. Und so kann man eigentlich die Eitemis vergleichen. Okay, der hat nix. Aber Treffniskunst, ja, jetzt. Wie kommen jetzt noch? Hallo, du, du musst dich angehören. Gut. 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 Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Hallo, greift denn endlich an. Habe wieder keinen Speer, ja. Also muss ich wahrscheinlich wieder wechseln. Hallo, komm jetzt. Genau. Ja, die sind zu stark. Also, ähm, noch kurz Status aufmachen. Das ist Battle. Das ist der Status, genau. Wir haben Eleven sehr, sehr langsam hier. Und für die anderen bin ich noch zu schwach. Also mache ich das so. Ich suche mir einen Bogen. Level dann mit dem Bogen. Und nutze den Speer dann ein anderes Mal. So. Auf der Hauptinsel müssen wir jetzt noch nicht mit, ähm, dem Speer kämpfen. Da heißt es Spitzhacke. Ist die für dir etwas gut? Ähm, geh du mal runter. Ja, dann geh du. So. Eine Spitzhacke, kann man die noch tragen? Nein. Ähm. Bräuchten wir jetzt eigentlich noch nicht, weil da unten ist ein starker Monster. Eine Schaufel nehme ich jetzt einfach mal. Ja, aber ausrüsten will. Komm schon. Dann halt so. Komm. Ich fühl mich so schlecht. Gut. Ja, geht doch. Aber wieder gestackte Reichen. Ah, der ist hier gestorben. So. Komm. Kommen die nicht mehr. Stacken. So, gefressen. Die nehme ich auch mit rein. Wenn man könnte. Aber wahrscheinlich ist er wieder total überlauern. Ja, ich kann nicht dafür, wenn sie zu schwer ist, wenn die Sachen zu schwer sind, kann ich nichts dafür. Ich möchte sie aber gerne. Ich zwinge sie dich ja auf. Oh, bitte nicht noch ein Spiel, der mir die Monster wegmacht nimmt. Ich mag es nicht, wenn mir Leute die Monster's Butter klauen. Er ignoriert sogar. Ja, jetzt geht's plötzlich mit dem Fleisch, okay. Kannst noch genug gut levelen. Ich bin jetzt am Aufnehmen. Ah, das weiß er wahrscheinlich ja nicht. Trotzdem, ähm, was ist das hier? You see a hum. Okay. Hamburger. Da hat er wahrscheinlich meine Monster getötet. Das, dass ich nicht besiegen kann. Weil ich nie treffe. Ja, manche, ähm, Spiele sind wahrscheinlich hier auf dem, so einfach, ähm, schnell trainieren und so und dann ignorieren sie andere Leute. Ja, seht, ist jetzt wieder keine Monster mehr hier. Er ist, ich weiß nicht, wieso er hier levelt, wenn er so stark ist und immer alles trifft, One Hit und alles mögliche. frage ich mich, was es bringt. So. Wow. Geh du mal hier hoch. Genau. Und nein Pfeil Ding möchte ich noch gerne haben. Aha, er greift auch dies an. Okay. Oh, nein. Okay, so, so, so. Ich greife sie nur an, wenn ich Fleisch sprache. Hallo, du musst treffen. Ja, nicht alles abwählen. So. Den Sperr brauche ich ja nicht. Wenn ich nicht, also wenn ich zu wenig Munition die ganze Zeit habe. Ähm, das möchte ich mitnehmen. Hallo. Ah, dann habe ich es dort wieder zu voll. Wahrscheinlich reporten kann man später auch. Nicht, dass wenn jetzt zum Beispiel dieses Monster weg geht die ganze Zeit, das im nächsten auch und so. Ob man die nicht irgendwie reporten kann, aber es wäre dann auch ein bisschen unfair. Aber wir sind ja bald aus der Anfängerebene zu weg. Dann ist es hoffentlich besser. Aber scheinbar kommt er nicht mehr. Ich dachte, er kommt jetzt von links wieder. Man kann hier eine Runde machen. Ja, was soll ich denn weglegen? Mahner Tränke. Okay. ah, nix. Da ist er wieder. Jetzt, jetzt, jetzt nimmt er wieder meine Monster weg da drüben. Okay. Kann ich ja da gar nichts anfangen. Ja, dann lege ich sie weg. also, ich will jetzt nichts haben, was ich nicht nehmen kann. Wenn ich die am Boden lege. Wo kann man die wirklich nicht vergleichen? Ja, jetzt. Mahner Potion. Okay. Bringt mir nichts. Ich brauche auch Wichtigeres. So. Dankeschön. Okay, ist wirklich nichts mehr. Nach unten kann man hier auch nicht. Okay. Ja, sonst gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe gemerkt, man kann sterben. Also, ich war ja eben in dieser kleinen Höhle, also in diesem kleinen Erdloch mit der Schaufel. Kurz schauen, was unten ist und das sind viel zu viele Monster, bin ich dann gestorben, nach ungefähr zehn Minuten, einfach immer die ganze Zeit abhauen und habe dann gemerkt, ja, man verliert keine Eitems noch auf der Hauptinsel, das ist gut, nämlich. Oh. 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 hat mich geheilt. So. Immerhin noch ein bisschen. Oh, komm schon. Oh, komm schon. So. Danke. Jetzt noch jetzt einkaufen. Warte noch mal KC angreifen. Und jetzt Level 21 Distanz Leveling. Gut. noch ein bisschen mehr Geld. Sind noch mehr Münzen sichtbar. So, mal hier reingehen. Kurz was futten. So. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, bei dem oder so kann man Heidtränke kaufen. Das ist wahrscheinlich nur der Maage eines Potions. Genau. Potions. Ja, toll. Ich möchte. Wie viel? Haha. Offer. Trail. Was mach ich ab? Black Rune, Destroy Feet, Fierer Feet, Hellpushen. Aha, keine Hellpushen. Ich frag mich, wie man dann die bekommt. Empty Potion Flask möchte ich gerne verkaufen. Ja, toll. Jetzt hat andere Spiele das gekauft, oder was? Oder was? Oder was? So, und aufgefüllt. Noch mehr Geld. Das man nicht ausgeben kann, weil die irgendwie alle Shops nicht mehr drin haben. die sollten die Shops nicht limitieren, bitte. Die, ähm, Köln brauche ich ja nicht. So. Was sind Started Helme? Okay. Komm schon. Armour 2, Armour 1, nehm ich. Hallo. Gut, den Armour hab ich, den Helm. One hit. One hit. Geht gut. Mit der richtigen Taktik, mit dem stehen bleiben, dafür abhauen, geht sehr gut. Es sind überall leere Potions, da hat wohl jemand Alkoholsucht, aha, da greift auch jemand Addison, so, greife ich den an, one hit, a rope, okay, that's the spirit, da ist noch eine, also ihr seht, das Spiel ist entweder zu klein, oder es sind zu viele Spiele, weil ich kann eigentlich sonst nie richtig gut leben, hier im Startgebiet muss noch ein bisschen über, danke, geh weg bitte, ich greife dich nicht an, wie die anderen, genau, er greift, schaut mir das an, wie frech, die haben gar keine Ahnung von sozial, ja, jetzt geht er hoch, ich will ihn angreifen, ich will ihn angreifen, ich will ihn töten. Ja genau, frisst so viel, wie sie frisst er, wenn er volles Leben hat. Süß, ja, danke, dass du lootest, wie kann der so schnell looten, oder bin ich zu langsam, so, und vielleicht gehört direkt mal auch ihm irgendwie, und ich muss ihn natürlich angreifen, und, ja, töten wahrscheinlich auch nicht, aber, ja, also, spielen wir noch ein bisschen, wir brauchen ja noch ein paar Level, noch drei Levels brauchen wir, jetzt sind wir bald Level 6, und wir brauchen Level 8, manch, manch, ein Speer. Ja, wo kommen wir mehr Geld über, wir werden reich auf diesem Saal. Wahrscheinlich die auf Level 700, die haben wahrscheinlich paar Pilliarden, Quadrilliarden. Ja, Pilliarden gibt's nicht, aber das habe ich extra gesagt, also, weil, ähm, ich sage gerne Wörter, die mit B, beginnen mit P am Anfang, wie zum Beispiel Pulles und Bulle auf dem Minecraft-Seil, und, ähm, ja, sag ich Pilliarden, haha, ah, schön viele Monster für mich. Dankeschön, für die Blumen, Dankeschön, wie lieb von dir. Ah, und da ist er wieder. Ähm, ich möchte noch kurz schauen. Das ist VfB. Quest, Log, Show. Also, ich habe einen gekillt, aber welchen war das? Fragt sich jetzt eben, welches der Mucklachs-Clan-Foodman. Also gehe ich wieder runter, also. Oder ich töte jetzt kurz ein paar Dears, damit ich Köln habe, und werde dann Hau, ich habe die Dreisgewehr. So, ja, Einsen. Ich brauche mehr Dears. Ich brauche mehr Köln. Nicht abhauen und nicht lecken. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, die Mitte, die Mitte. Fragt mich, ob der Mager hochkommt und die Tränke nicht will. Wieso leckt das momentan so? Mal haben auch hier ausmachen. Ja, das liegt wahrscheinlich an. Ähm, Freps. Biotät hochstellen. Ja. 25% eines Kernes verbraucht Freps. Das ist gigantisch. Was Freps bei mir für, ähm, Leistung verbracht. Da kann ich leider nicht gut ausweichen. Ich schaue mal, ob ich mehr Schaden mache, sehr. Ich denke nicht. Oh, doch. Komm schon. Ja, genau, schaff ihn. Du schaffst ihn, du schaffst ihn. Ein bisschen Alkohol, äh, ein bisschen Fleisch essen. So. Oh, danke schön fürs Distanz-Leveling. Ja, und gute Sachen bekommt man leider auch nicht. Also gut. Ähm, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen, ähm, flüssiger. Ich sehe jetzt, also konstante 30 FPS. Das mehr geht wahrscheinlich gar nicht. Amour 4, Amour 5 haben wir hier gehabt, oder? Kann man die nicht irgendwie anders hierhin tun? Ähm, oh, jetzt habe ich eins gegessen, obwohl ich voll bin. Ähm, Amour 5 sind beide gleich gut, aber das ist jetzt nicht so unbedingt die schönste Rüstung. Dann lege ich, äh, lasse ich lieber meine an. Also jetzt geht es viel flüssiger, also wahrscheinlich braucht, ähm, FRAPS eher, ähm, äh, also ein bisschen mehr, ähm, Priorität im Task Manager. Dann geht es wieder flüssiger. Aber jetzt legt es wieder natürlich. FRAPS muss diese Gegner rendern. So, noch mehr Köln für meinen Oberschenkel. Zwar spiele ich hier nicht Fußball, aber, ja, sagen wir mal, Bogenarm, Ellenbogen. Jäh, ich liebe das, wenn ihr es liked. Kann man zu viel anfangen damit. Wie soll ich, ich höre Pfahle auf dem Boden. 6 FPS, genau. Wie seht es, alte Spiele machen mehr Probleme als neue Spiele. Das liegt halt einfach an der Ein-Core-Politik von den alten Games. Toll, ich kann nichts machen. Ich habe so viel FPS wie ein Handschuh. Mit FRAPS habe ich 2 bis 12 FPS. Jetzt momentan 30, jetzt wieder 3. Und ohne FRAPS habe ich 72. Irgendwas stimmt hier mit FRAPS momentan nicht. Und, ähm, das möchte ich gerne beheben. Und schauen wir mal, ja, was sich da machen lässt. Ich hoffe, es geht irgendwie anders. Und, ähm, ja. Trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen und bis hoffentlich das nächste Mal. Tschüss.